Moin liebe Wölfe, ich bin's wieder, Felix und wisst ihr eigentlich noch was am 20.08.2008 war? Ich auch nicht so direkt, wenn ich die Kollegen aus der Redaktion nicht hätte. Es war tatsächlich so, dass dort der erste Tweet rausgehauen ist. Wir feiern zehn Jahre Twitter und wir hören uns mal auf unseren Geschäftsstellen so um, wer sich daran noch so richtig erinnern kann. Herbie, mein Lieber, sagt dir dieses Zeichen etwas? Die Verdopplung der Zeichen bei Twitter ist ganz schön lit, oder? Ja, möglich, ja. Stefan, was möchtest du gerne deinen Twitter-Followern mitteilen? Gibt alles diese Saison auf jeden Fall, richtig Vollgas. Sag mal ganz ehrlich, welchen Twitter-Account trollst du immer? Was? Stören wir? Nein, dich stören wir nicht, oder? Sascha. Blaue Vogel, blaue Vogel. Ist das eher Spatz oder Kreel? Hallo, hier ist WölfeTV, was war denn dein letzter Snap bei Twitter? Sascha, guck mal, die Verdopplung der Zeichen, ist ganz schön lit, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Du weißt bestimmt noch, was am 20.08.2008 war. Was soll ich wissen? 20.08.2008? Puh, da habe ich gerade überfragt. Cello tut so, als würde er telefonieren. Schaut mal Leute. Guck mal, der hat die Auskunft da angerufen. Ach du, ich glaube, da hat der VfL Wolfsburg angefangen zu twittern oder so. Wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt brauchen wir einen Tusch an dieser Stelle. Einen Tusch, ja? Ist das richtig? Jawohl, ja, geile Sache. Cello, damit hättest du nicht gerechnet, dass wir warten, bis du auflegst, oder? Was ist denn dein Lieblings-Hashtag auf Twitter? VfL Wolfsburg natürlich. Cello, 20.08.2008, was sagst du dazu? Ja, da ist, glaube ich, Twitter hat da mal die Tore aufgemacht für uns, oder? Du denkst auch, dass du ein Fuchs bist. Du hast nämlich hier die Seitentür offen gehabt beim letzten Interview, ne? Ich bin kein Fuchs, ich bin ein Wolf. Ich weiß, dass Maren nicht möchte. Maren, warum möchtest du nicht? Weil ich gerade mit Maxis Haaren kämpfe. Hier wird fleißig getippt. Katharina, mit welchen Inhalten verbindest du deine Follower so? Welche Follower? Barbara, was war am 20.08.2008? Nee. Aber jetzt haben wir einen, der das weiß. Was denn? Walli, 20.08.2008. Was war da? Rudi, weißt du noch, was am 20.08.2008 war? Er rennt weg. Er rennt weg. Macht mal nix. 20.08.2008. Kannst du uns sagen, wie du die letzte Sauerei nach deinem letzten Twitter-Shitstorm weggemacht hast? Die letzte Sauerei? Ich hab noch nie getwittert. Sven, Überfall. Ohne welchen Hashtag könntest du nicht mehr leben? Hashtag... Hashtag Wölfe. Jetzt probieren wir es einfach nochmal, Barbara. Barbara, die Verdoppelung der Zeichen bei Twitter ist ganz schön lit, oder? Was? Wir haben 10 Jahre Twitter. Was ist denn dein Lieblings-Hashtag? Gar keiner. Was denk ich über Twitter? Hier. Ich mag es. Ich habe 16 Follower. Ist das viel? Wir feiern 10 Jahre Twitter. Was sagst du dazu? Das ist, glaube ich, Twitter, ne? Ja. Das ist Twitter. Twitter, 20.08.2008. Drei Punkte in Bochum, alles andere ist egal. Ja, hat er recht. Mit dem hab ich zusammengespielt bei St. Pauli, ja? Erster Tweet VfL von Machir. Nicht schlecht, 2008. Stark, oder? Ist schon eine Hausnummer, muss man sagen.